So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Meester, die man unschwer erkennen kann. Haben wir den Strom eingeschaltet und ich weiß es nicht weiter. Ich glaube wir müssen da rein, aber wie. Wie kommen wir in den Raum rein? Hier vielleicht? Das könnte sein. Ja. Zombies, hallo. Ja, gut zu wissen. Wo ist er? Ja. Ah. Ja, dann komm mal her. Boah, alter. Oh ja, wieder klar. Oh ja, wieder klar. Alter. Null. Wie Superman geflogen. Warte mal, hat er jetzt zwei Kugeln nachgeladen? Ach, der macht das immer mit so einem Speedblower, oder? Krass. Irgendwas ist ja am klackern. Ich glaube hier kommen Gegner jetzt, oder? Jep. Oh ja. Oh ja. Ja, jetzt mach doch. Oh mein Gott. Boah. Oh ja. Alles klar, fast tot. Alles klar, fast tot. Nice. Ja, geil. Geil. Ach, war schon drin. Sah nicht so aus. Tatsächlich. Dankeschön. Ich habe jetzt einen Zug muss präsent sein um beim nächsten Checkpoint weiter zu kommen. Gut zu wissen. Aham. Oh, oh. Halten sie den Zug an. Scheiße. Er ist doch niemals so weit. Ach ja. Ist es nicht schön, beschossen zu werden? Wo man nichts macht, außer zu überleben. Was komme ich denn hier auf die andere Seite? Komme ich gar nicht, wa? Oh mein Gott. Habe ich eine Granate? Nein, natürlich nicht. Wollen wir ja auch nicht. Wie glaube ich nicht, dass das... Oh mein Gott, ey. Granate? Granate. Ich bin bunt, die Granate. Ich hätte gerne Lebensenergie. Oh, das geht auch. Danke. Oh, ist das... Ne. Ich dachte schon, es ist noch ein Gegner. Dann gehe ich noch. Oh, das ist schon schöner. Oh nein. Ja, lass die erst mal sich bekämpfen, da. Sobald die schon alle dead sind. Gut. Nice. Ja, komm. Danke. Ne, warum? Bam. Fuckin' Medic. Fuckin' Medic. Noch mehr? Hallo? Alter. Alter. Haha. Ich bin fast abgeknallt, den Typen, ey. Dann komm mit. Hilfe ist immer gut. Was? Oh. Oh nein. Ey. Oh, das war knapp. Das war sehr knapp. Wäre cool, wenn ich denen so ein bisschen Befehle geben könnte. Dass der zum Beispiel mal irgendwie dahin gehen soll. Oder dahin soll. Hallo? Was ist das denn? Auch ein Teller. War mal ein Teller. So, den Kühlschrank aufmachen. Krank. Ach, ich bin schon voll. Okay. Meine Fresse. Oh, pardon me, Doc. Oh shit. Was machst du? Nein, tu's nicht. Bin frei, tot. Oh mein Gott. Ich würde da weggehen, Alter. Ich hab's ihm gesagt. Puh. Ganz länger, Bitch. Oh shit. Hallo? Lebst du noch? Nee. Ich glaub nicht, der lebt. Nicht mehr. Nee. In a nutshell. Ich glaub, da kommen wir durch. Und da ist auch etwas versteckt, was wir gebrauchen könnten. Das ist cool. Und das? Mann. Mann. Holy shit. Da brauchen sie sich nicht mehr, oder? Was ist denn jetzt? Oh mein Gott. Ja. Alter, willst du mich verarschen? Boah, Alter. Wie viele Granaten habt ihr denn? Sag mal, wollen die mich verarschen, ey? Machen die jetzt Granatenspammen hier, oder was? Sehr feine Granate. Sehr feine Granate. Alter, wie viel fällt dir denn aus? Boah. Alter. Naja. Wenn man irgendwas im Auge hat, ne? Und dann... Rip. Ja, was ist denn jetzt? Nullst mir. Power. 45%. Oh, okay. Boah. Boah. Ich würde gerade sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier schon mal war. Oh mein Gott, wer macht denn da eine Granate hin, Alter? Was ist denn eine Mine? Und dann fahren wir noch ins nächste Gebiet und dann machen wir erstmal wieder einen kleinen Cut. Yeah. Ja komm, jetzt aber hier. Oh oh. Ist das ein Jütter oder? Achso. Boah Junge. Ne, warte. Ah. Ach, da kommt man eh nicht rein, okay. Meine Fresse ey. Ich glaube da kommen Gegner jetzt, oder? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja, aber keine schlimmen Gegner. So, was haben wir hier? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Das ist die Rakete hier, oder? O mein Gott. So meine Freunde, aber ich würde sagen, dann machen wir wieder einen kleinen Cut an der Stelle und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und so.